Leider fehlt in unserer Produktion ein organisierender Kopf, der den Überblick behält und die Arbeiten strukturiert. Morgens, wenn alle zur Baustelle aufbrechen, bricht gerne mal das Chaos aus. Tagsüber in der Produktion schafft jeder vor sich hin. Darum suchen wir einen kompetenten Produktionsleiter. Hey Männer, was ist eigentlich da los? Du bist Zimmermeister oder Techniker, du siehst die Arbeit und kannst sie auch delegieren. Du hast Lust auf ein neues Spielzeug wie unsere moderne Multifunktionsbrücke. Wenn es chaotisch wird, steckst du nicht gleich den Kopf in den Sand. Am besten kennst du dich auch mit SEMA aus. Abends trinkst du gerne ein Feierabendbier oder hast Lust auf die ein oder andere Party? Du bist noch jung und hast keine zehn Jahre Berufserfahrung? Hey, das ist überhaupt kein Problem. Dann bewirb dich einfach hier in der Chaos-Zentrale bei Flugholzbau.